so jetzt wird es krank wild wie auch immer ihr habt gesehen eine millionen klick challenge was habe ich vor kurz und knapp genau dieses video hier soll die eine millionen klicks erreichen aber ich sag schon vorweg wo die ersten wieder wegschalten könnte euer vorteil jetzt sein ihr habt davon auch was denn ihr seht unten drunter immer wieder im thump mail werdet ihr sehen wie viele klicks das video hat und wie viel euro das schon eingenommen hat bedeutet kurz und knapp ich werde das gesamte geld was ich mit diesem video einnehmen euch quasi wieder zurückgeben wie habe ich das ganze vor eigentlich ziemlich simpel viele von euch haben vielleicht schon meinen einnahmen video gesehen wo ich insgesamt 500.000 aufrufe habe das ganze werde ich natürlich hier oben oder da oder da 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 verlinken da könnt ihr noch mal selbst sehen wie ich halt die einnahmen habe und dass ich für jedes video einzeln auch sehe wie viel das video eingebracht hat hier bei dem video habe ich halt wie gesagt vor eine millionen klicks erreichen aber alle fünf euro die erreicht werden bekommt ihr quasi fünf euro von mir wie habe ich das ganze vorher ganz einfach ich werde einen kommentar anpinnen in den kommentaren da wird dann ein paysafe code stehen der quote ist natürlich genau fünf euro wert heißt jedes mal wenn wir fünf euro erreicht haben bekommt ihr die fünf euro ich will einem video gar nichts verdienen oder sonst irgendwas einfach nur für mich selber ihr könnt euch selber irgendein ziel hat man ja immer und mein ziel ist halt einfach ein video haben was eine millionen aufrufe hat ich denke mal es klingt eigentlich ziemlich logisch aber verrückt und wird auch schwer sein zu erreichen dazu brauche ich natürlich eure hilfe ist klar ihr bekommt natürlich auch wieder was zurück ihr kennt mich habe ich schon immer so gemacht da wie bugs rausgehauen da ein skin verschenkt und da mal eine kleine verlosung aber ich sag schon vorweg klickt das video jetzt nicht keine ahnung alle zwei minuten an oder so das bringt nichts weil logischerweise das video kann nur dann auch geld bringen wenn logischerweise auch werbung geschaltet wird also solltet ihr am pc sein habt die werbung quasi ausgeschaltet was ja inzwischen möglich ist ohne probleme dann solltet ihr diese natürlich einschalten weil da können dann auch in anführungszeichen 20.000 aufrufe stehen aber nur zwei euro weil irgendeiner langeweile hat und hat wirklich konstant das video angeklickt das bringt natürlich nix also wirklich keine ahnung guckt es euch in der stunde einmal an lasst es einmal durchlaufen lasst die werbung laufen und so können wir das ganze gemeinsam schaffen ich habe das auch noch schon mal vorbereitet weil ihr seht das jetzt an einem aktuellen video nämlich zum beispiel hier das video habe ich ja am donnerstag hochgeladen hat derzeit 703 aufrufe jetzt 707 wie ihr seht und dazu kamen natürlich vom abrechnungsdatum noch einige aufrufe dabei jetzt weiß ich nicht ob die 87 cent ist ungefähr so geschätzt aber ich sage immer egal was hier steht wenn er geschätzt 5 euro steht bekommt ihren 5 euro per se das wird sich dann wahrscheinlich wird es mal mehr sein mal wird es weniger sein aber genau so ist halt mein plan also noch mal ihr könnt mir dabei helfen oder aber ihr sagt einfach hier macht du mal ich werde auch in den live streams natürlich werbung machen dafür und werde auch werbung machen in meinen zukünftigen videos das immer wieder oben rechts anpinnen wenn ihr bock habt wenn ihr eine herausforderung sieht oder ein video lasst gerade einen klick da lasst es einmal durchlaufen und schon habt ihr mich unterstützt und gleichzeitig habt ihr natürlich wieder die chance die fünf euro zu bekommen und wie gesagt hat mir fünf euro erreicht kommt ein pass-elf-code haben wir zehn euro erreicht kommt wieder ein pass-elf-code ganz entspannt also ihr könnt daran gewinnen und ich habe dann eventuell irgendwann mal mein video mit den einen millionen aufrufen kann natürlich auch fünf jahre dauern um gottes will aber das ist natürlich möglich jetzt habe ich schon mal gerade eine andere vorstelle ich will nur kurz anhand von einem anderen video was zeigen nämlich das hier zum beispiel das hat ja 41 euro nur so als beispiel dann würde ich euch halt hingehen und acht codes reinschreiben und wenn ihr natürlich seht hör mal hast du nicht irgendwie vergessen die klicks zu aktualisieren oder so dann erinnert mich ruhig dran ich gucke dann wieviel klicks das video hat und ändert dann halt wie gesagt immer das samt mail anhand vom samt seht ihr quasi wie weit wir sind wenn wir so bei 4 euro 80 sind oder so guckt halt wirklich am nächsten tag rein wenn ich keine ahnung ich werde das wahrscheinlich machen wenn ich shop video machen oder et cetera pp und dann einfach das samt erneuern und gleichzeitig unten dem per self code hinschreiben ich werde dann immer dahin schreiben das ist jetzt der pay self code für die nächsten fünf euro und und also nimmt halt immer das video guckte solche an guckt in die kommentare am besten spaßes halber schreibt mir wirklich immer dann in die kommentare wann ihr das video gesehen hat einfach immer wieder ein neuer kommentar einmal am dritten dritten einmal am achten zwölften und halt einfach nur wie das datum ist ich will das ding einfach in die länge ziehen also das heißt in die länge ziehen wenn es natürlich morgen erreicht wäre wäre natürlich auch geil um gottes willen wenn du bock hast bei dem spiel mitzumachen einfach ein like da lassen schon mal vor vorne weg und natürlich gerne noch ein abo was kann ich euch noch sagen wir haben ja dann meine einnahmen angeguckt und ganz ehrlich wenn ich mir die klicks an guckt das ist wirklich geist gefallen wenn ich mir die leite zahlen an guck 631 likes aber jetzt mal ohne quatsch liked ihr noch videos also ich bin offen und ehrlich ich leite eigentlich gar nichts mehr ganz selten ganz ganz selten dass ich wirklich mal ein like da lasse ist auch immer unterschiedlich wie die likes sind jedes video hat zum beispiel 2400 aufrufe an anführungszeichen 48 likes was eigentlich mein schlechtestes video das könnte sogar ein aktuelles sein 90 prozent kann ich nicht sortieren genauso was sind denn hier wird im video 114 kommentare ich hätte gerne den skin abo mein epic name skin hey selbst haben aber gerade freundschaftsanfrage geschickt okay das war's was sind die anderen kommentare was haben denn da zu viele kommentare ein stabiles video wie ihr seht ich bin immer fleißig am antworten ne hört mir gerade mal so auf ach zero war mein mitglied ok auch nicht schlecht ah apropos mitglieder falls das den einen oder anderen auch interessiert warte mal monetarisierung kanalmitgliedschaft ein mitglieder haben wir noch nämlich schleuderabgriff der ist im elften monat max im fünften und oxana im zehnten monat aber einer ist weiter das weiß ich definitiv und das ist resettig ich weiß nicht ob er die mitgliedschaft jetzt gekündigt hat aber der hat konstant einfach weiter gemacht also elf monate schon wie gesagt schleuderabgriff vielen vielen dank dafür ihr merkt schon ich habe das video ein bisschen in die länge gestreckt einfach um die werbung schalten zu können also nehmt es einfach als herausforderung oder lass es einfach links liegen aber wer unterstützung da lassen will kann dies gerne tun ich wünsche auf jeden fall jedem viel glück dabei eventuell gewinnt er den code und in dem sinne würde ich sagen wir haben ja eine aufgabe vor uns und in dem sinne in dem sinne und in dem sinne und in dem sinne das sage ich jetzt haut rein und ciao ciao Bis zum nächsten Mal.